Die letzte Testkammer war Nämlich tot Ich hoffe es wird nicht noch schwerer Ach ja, wir sind noch am Scannen Und damit, okay Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal Reloaded, ich wollte gerade Portal 3 sagen, aber ist nicht Portal 3 Falls ihr günstige Videospiele braucht Könnt ihr gerne unten den Link in der Videobeschreibung abchecken Da könnt ihr mich kostenlos supporten Bei Instant Gaming Das kennt bestimmt jeder von euch Ja, ja, den Den habe ich auch gleich noch durch die Zeit Ja, ja, klar Angenommen, ich gehe jetzt hier durch die Zeit Dann existiert der nicht mehr Okay Ich habe keine Ahnung, wie ich den überhaupt umlenken soll Warte mal Doch, kann ich Ja, klar Ich gehe nicht durch Portale durch Das wird nichts Ganz ehrlich, ich mache das lieber von weiter oben Lieber von weiter oben, wie nachher sterben, weil ich da unten in Kaffee reinfalle Wenn mich jetzt irgendeiner dafür judgt, dass ich gesagt habe, dass das Kaffee sagt Ich habe doch selber keine Ahnung, was das genau ist Boah, und dieses hier hin und her schießen Das gibt mir so ein richtig, richtig ungutes Gefühl, dass ich hier kurz davor bin zu sterben Würfel Ernsthaft Kein Begleiter, Kubus Schade Und die haben wir jetzt wieder festen Perfekt Das ist das jetzt Okay Mal hier lang Wenn ich das jetzt weg mache, bin ich tot Hier bin ich nicht Wait a moment Ich muss jetzt auch logisch mit der Zeit arbeiten, nicht vergessen Wobei, hier habe ich ja gar keins Warte mal Ganz kurz Wenn ich das hier durch die Zeit nehme Bringt mir das eigentlich nichts, außer dass ich zum Anfang komme Aber das wird ja nicht ohne Grund so sein Nee, hier ist wirklich nicht Aber was bringt mir das dann? Ich kann das Portal ja von hier nicht umlenken Also das ist ja nicht möglich Weil auf dieser Linie ist ja nichts, was ich umsetzen kann Das heißt Ich habe einfach nur einen Würfel mehr Cool Aber jetzt kann ich das Portal anders setzen Weil jetzt kann ich da vorne ein Zeitportal setzen Und dann geht es hier durch die Zeit Ich verstehe den Gedankengang Ja, jetzt habe ich hier ein Portal Ich brauche noch kurz einen Cube Ich weiß nicht, ob ich den Nee, ich muss den Jetzt Cube benutzen Oder brauche ich nur einen? Nee, ich brauche beide Ja, dann nehme ich zuerst den Jetzt Cube Weil der Gegenwart Nee, der Zukunfts Cube Ja dann verschwindet Wenn ich den hier bewege Deswegen muss ich immer zuerst mit dem arbeiten Jetzt habe ich gar keinen Cube Ist gut Ich habe es kapiert Ihr hasst mich alle Ach man, wie unfair Jetzt muss ich erstmal wieder hier komplett rum einmal Frag mich eigentlich genau, was das ist Die meinen ja, es sind Laser Ich bin mir da irgendwie ein bisschen unsicher Ich weiß nicht Ein Würfel zum Mittaken, bitte Ich kann den nicht mit in die Zukunft nehmen Das heißt, ich muss zuerst dahin Warum habe ich das nicht eigentlich schon vorher gemacht? Das ist total easy und einfach Hier haben wir ganz gut Wenn der da jetzt nachher runterfällt Jetzt zurück und setze das Portal weg Und der bleibt dann da drauf Und jetzt muss ich durch die Da hoch Stop, dann setze ich da das Zeitdingens Weil da kann ich den Cube direkt mitnehmen Der fällt gleich runter Und das ist problematisch Dann verschwindet der wieder Oder? Nein, hä? Doch, tut er, oder nicht? Warte mal Bin in der falschen Zeit Ich brauche hier auch noch Ich brauche drei Würfel? Warte mal Ich brauche hier ein Portal haben Der ist sicher Der Würfel macht nur das aus Damit ich Der Würfel muss hier sein Ich brauche da hinten den Jetzt-Würfel Muss ich beide in die normale Zeit bringen Die liegen jetzt beide auf derselben Stelle So Ich tue einmal durch die Das ist so weird Aber das war total easy Ich weiß jetzt nicht, was daran Wer sein sollte Ne, ich habe mir bis jetzt noch nicht die Frage gestellt Wie sich das alles auswirkt Weil ich bin mir sicher Dass Aperture das hier alles gut abgesichert hat Dass sich das irgendwie überhaupt nicht auswirkt Ja klar Nichts ist voraussehbar Das ist schon true Aber 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 Ist das nicht schon wieder was Ah hier ist eine Bridge Ja die Bridge Die hole ich mir Was machst du? Du holst den zweiten runter Und du den ersten Das heißt Der Laser muss hier unterbrochen werden Ich habe aber keine Ahnung Wie ich den unterbrechen Ich habe voll eine Ahnung Wie ich den unterbrechen könnte Ich komme hier nicht hin Bleib mal ganz kurz durch die Zeit Was hat sich hier alles geändert? War das F der Knopf? Ja Oh was? Stimmt Hier ist ja der Laser aus Die Laser gibt es in der Zukunft ja nicht Hier Hier werde ich durchgefeuert Ne Hier wird ein Block durch Den muss ich aufhalten Warte Ich bin in der falschen Zeitlinie Wenn ich das in der Zukunft mache Ist das alles einfacher Wo kann ich den Cube eigentlich aktivieren? Andere Frage Da Kein Problem Nein Ich war so kurz davor den zu fangen Aber ich meine Ich habe Plan Wie es funktioniert Ich werde das mal kurz appreciieren Ich habe doch gedrückt Ich muss weiter nach oben, oder? Hey, ich habe doch Dann halt nochmal Ey, das ist schwer Mann Heitliche Prediction und so Ich habe ihn Warum war der gerade lila? Andere Frage Werden mir Kann es sein, dass mir beide Würfel Ja, werden mir Wie lol ist das denn? Okay Ähm In der Dings ist das hier unten Das heißt Ich muss in die andere Time Nein Ne, da kann ich kein Portal setzen Ne, da kann ich kein Portal setzen Oh, das ist so weird, dass das hier klingt Fache ich das mal aus Den Würfel kann ich hier jetzt frei bewegen Wenn das der da immer auftaucht Ähm Ich muss da hoch So, das erste kann ich deaktivieren Indem das hier ist Das heißt, dieser Laser muss unterbrochen werden Das kann ich in der Zukunft machen Das heißt aber, wenn ich hier draufstehe Muss ich den Laser irgendwie wieder aktivieren Okay, das bringt mir schon mal nichts Dann muss ich irgendwo einen Block drauflegen Damit das zweite runterfährt Und zwar da Dann nehm ich den Block Weil den muss ich nicht weiter besitzen Dort Ne, das macht aber was Steht da Komm schon Ne, kann ich nicht lesen Das Spiel ist zu alt Das gab es damals noch nicht Nicht in 4K 1872 Das, das ist Weird answer Naja Ähm Ich muss den Laser deaktivieren Nein, falsch So Dann so Und dann merken, dass man den Würfel vergessen hat Ja Ich brauche den Past Würfel Nee, ich brauche doch den Würfel Nimm ihn doch mit Ich bin gerade voll perplex Weil ich überlege, wie ich danach weitergehe In der Zukunft müssen jetzt beide unten sein Hä Hä Ah, ich muss jetzt Nee Perfekt Ach und jetzt muss ich den Würfel hier runterkriegen Bitte was Ich muss die Würfel tauschen Ich muss die Würfel tauschen Ich muss Der Würfel muss auf die Brücke nach oben Weil wenn der hier wegbewegt wird Dann springe ich hier runter Perfekt Nee, halt Ich brauche den in der anderen Zeit Habe ich es? Oh, das wäre cool Das fährt gleichzeitig Wie fährt das jetzt wieder hoch? Ich muss den Laser wieder deaktivieren Hä, wie mache ich das denn? Hä? Ach, come on Das ist unfair Nein, ich muss den Block hier Der Block fällt einfach hier runter Und aktiviert das dann Hä, warum ist denn das so viel? Oh, come on Mach das jetzt so Ja, und blockiere den nicht über dem Ding Ich sollte vielleicht aber auch den Cube mitnehmen Also nicht den Ich brauche den jetzt Och man Das ist aber auch wirklich Das finde ich unfair Also dass das Dass das Game dir nicht sagt Yo Wir kommen dir entgegen Wir packen den Würfel schon direkt passend hier Ja, und so fällt der nämlich nicht da drauf Jetzt fahren die gleichzeitig hoch Da ist ein Companion Cube Oh, wie cool Der ist einfach oben so richtig secretive platziert Ich dachte mir gerade, warum ist da ein Würfel? Da ist einfach der Companion Cube Wie witzig So, das muss jetzt runter Ich kann den Knopf hier Ich brauche hier dann den Würfel Warum kann ich hier bitte was platzieren? Ganz weird Ähm Ja, hallo Unfair Betrug Das eine muss oben sein Muss das hier runterfahren Ja, aber wenn ich hier runtergehe Hab ich Pech Ich komm da nicht drauf Egal wie Ich will nicht die ganze Zeit googeln müssen Das macht überhaupt Da was platzieren Das geht ja auch Oh lol Ich komm da vielleicht rein Weil das ist schon Ein bisschen Bisschen Saß Dass das Funktion Aber klar Das war ja auch Im Originalteil So Aber ich kann Den so nicht blockieren Ich kann den Laser Allgemein nicht Durch sowas blockieren Ich dachte gerade ich könnte es höher platzieren Dass ich da drauf springen kann Bringen wir aber auch nichts Ganz 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 Nach oben Tube drauf Perfekt Würde funktionieren Kriege ich den runter Durch den Knopf Warte mal So ist der hier unten Falls es hier kein Laser gibt Das ist auch so ein bisschen Kann das auch nicht blockieren oder so Ne Jetzt mal dieses Blöde Portal Richtig Vor allen Dingen Das gibt es in beiden Timelines Das heißt Ich kann das hier rausfeuern Hier rüber Durch die Zeit mit Ne Achso Blöde Dieses Ding Durch die Zeit mitnehmen Bringt eigentlich gar nichts Ich nehme die jetzt beide mit In eine Zeit So Ich muss Ja der wird jetzt gelöscht Weil ich Hier im Portal hinsetze So Es kann ja nicht sein Dass ich da nicht hochkomme Ich kann mich auch nirgendwo langfeuern Das habe ich schon geguckt Ich habe schon wieder die 22 Minuten Und immer noch Doch eine Testkammer haben wir heute geschafft Immerhin Also wenn hier was drauf liegt Kriege ich es nur weg Wenn ich den anderen Würfel bewege Weiß doch Ich muss den hier drauf Platzi Ich komme da aber nicht hoch Ja wir sehen uns gleich wieder Ich gucke mal wieder im Internet nach Bis gleich Manchmal frage ich mich echt Wie einfach man dieses Spiel machen kann Der da Ja ist der jetzt Würfel Der muss da hin Und man muss mit dieser Mechanic spielen Dass das Ding von da oben Wirklich runterfällt Ich sag's euch Damit habe ich nicht gerechnet Der 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 Zukunfts-Cube Verschwindet Wenn der Vergangenheits-Cube Bewegt wird Das heißt Wir gehen jetzt hier hin Wir müssen jetzt hier durch Um den da hier zu platzieren Ja Das ist alles Dann schießt der da ein Portal hin Was falsch gemacht Ein Pro Mann Wie war denn das Ich hab die Lösung vor Augen Und ich weiß nicht wie es geht Also noch mehr falsch kann man nicht machen Ach ich muss ja erst eine Runde warten Bis ich Bitte nicht runterfallen Wir sind in der falschen Tag Ja ändern wir mal ganz kurz erst die Timeline Ey das sind Die sind so Die Räte sind so einfach Aber wie kommst du denn da drauf Weißt du du musst ja zehnmal denken Der Würfel fällt da runter Perfekt Und jetzt müssen wir den da bewegen Dadurch fährt das hoch Ja klar Okay Leute es wird langsam doch schwer Ich lass jetzt mal Opera im Hintergrund immer laufen Damit ich immer direkt Zugriff drauf hab Falls wir mal wieder nicht weiterkommen Das sehen wir in der nächsten Folge Ob wir überhaupt noch irgendwann mal alleine weiterkommen Wenn es euch gefallen hat Zeigt das gerne mit einer positiven Wertung Und schaut unten mal Da gibt es richtig günstige Spiele Bis dann Leute Und Ciao Bis dann Bis dann Bis dann Wein condemned Wir sind Untertitelung des ZDF, 2020